Erich Palmar-Brown ist seit eineinhalb Jahren ein fixer Bestandteil der Austria-Abwehr. Nach dem Sieg gegen die Admirer blickt der US-Amerikaner nach oben. Ja, ich meine, das ist Fußball. Du musst mit all den Ups und Downs sprechen. Es ist einfach wie das Leben. Ich denke, als Team, in dem Moment, wenn du da bist, ist es sehr schwierig. Aber gerade jetzt haben wir zwei Wins in der Reihe und ich denke, die Moral ist sehr hoch. So, es ist ein Roller-Coaster und du musst einfach weitergehen. Ich denke, wir müssen das Momentum weitergehen und weitergehen. Es ist schon lange, seit wir gewonnen haben. So, zu bekommen diese sechs Punkte ist natürlich sehr wichtig für uns als Team. Und in der Tafel als auch, um es in den Top 6 zu machen. So, ich denke, als ein whole, als ein Grupp, wir verbessern. Und es wird besser. Am Dienstag freute sich Palmer Brown besonders mit seinem Abwehrkollegen Joe Handel über dessen Doppelpunkte. Ich denke, Klass, Klass-Goals. Der Header war gut, er war offen für den Header. Aber das erste Goal, das er hat, hat er sehr gut gemacht. Und ich bin sehr froh für Joe, weil er kam in. Vielleicht spielt er eine Position, in der er nicht so oft spielt. Und er hat das erste Goal als ein wirklicher Stryker oder Winger. Also, Hats auf zu ihm. Die Austria hat Palmer Brown von Manchester City ausgeliehen. Die Zeit in Wien hat dem 23-Jährigen bisher sichtlich gut getan. Ich denke, ich habe als Spieler gewonnen, ich habe gewonnen, wie ich gewonnen habe. Ich habe gewonnen, wie ich gewonnen habe, und gewonnen habe, und die gute Erfahrungen mit meinen Team-Maten und so weiter. Weil ich denke, wenn man diese Spiele verliert oder diese Spiele verliert, oder diese Spiele verliert oder diese Spiele verliert, und diese Spiele verliert, es sehr wichtig für Ihre Growth, weil es keine bessere Worte zu lernen, wenn man verliert oder gewonnen hat. So, das ist, ich denke, das ist die wichtigste Erfahrung, die man kann bekommen. Ich denke, ich denke, ja, dass ich mich sehr stark und fast bin bin. Ich fühle mich, ich finde die Passage aus der Backen, der Technikoul, und ich bin able, die Ball zu halten. So, für mich, das sind ein paar von meinen Strengthen. Und dann, ich denke, die Dinge, ich kann immer noch verbessern, ist, dass ich die Leader, als auch. Ich denke, wie Mikey und Schoisi, sie das gut handeln. Sie sind älter, sie haben Erfahrung, sie kommunikieren viel. Und ich denke, das ist etwas, das muss ich immer noch arbeiten und auch mehr aggressiv sein werden. So, wie ich schon gesagt habe, wenn wir mit diesen Leuten spielen, haben wir uns sehr gut, weil ich glaube, dass sie die Kraft haben. Ja, er ist ein Leader. Er ist engendlich, er ist großartig, er ist großartig, er ist großartig, er ist ein guter Mann auf dem Platz. Er spricht gut englisch, wir sprechen viel, und er machte gute Joke. Aber, auf dem Feld ist er ein Leader, er ist kommunikation, er ist leading die Backline, und es ist einfach zu spielen mit ihm. So, ich freue mich mit ihm, wie alle anderen. Ich freue mich mit den Gruppen wir haben. Es ist so viel Spaß, besonders wenn man gewinnt, es fühlt sich so viel besser. Sein regelmäßiger Deutschkurs trägt Früchte. Palmer Brown versteht immer mehr, wenn seine Mitspieler in der Kabine sprechen. Ja, es depends. Sometimes, wenn Leute sprechen fast, es geht direkt über meine Hände. Aber, ich packe auf some phrases und words und pute es zusammen, was die Gespräche ist. Aber, ja, jetzt, ich lerne über past tense, und es ist schwierig, um, zu ändern, aber es ist gut. Sie ist eine gute Lehrerin, und ich denke, es hat Spaß gemacht für mich, zu machen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen, und zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Auch beim Bowlen und Golfen beweist der US-amerikaner Talent. Ein Plan B nach der Karriere? Ich wünsche, es wäre ein Plan B. Ich wünsche, ich wäre gut genug, zu spielen, nach meiner Fußballkarriere. Aber, ich denke, ich bin nicht so gut. Aber, ich habe Hobbys, wie Golf, Bowling. Ich habe nicht Bowling hier in Austria gemacht, aber, ich habe ein paar Golf-Matches gemacht, mit Mikey, und, und, ich bin chillig, ich spiele Musik, ich spiele ein bisschen Gitarre, also, ich mag wirklich Musik, und ich genieße das. Am 7. Februar rückt die Musik, aber in dem Kindheit kommt. Mein Team wird die Superbowl gewinnen, die Chiefs, Kansas City Chiefs. Ich bin von Kansas City. Ich bin ein großer Chiefs-Fan, ich bin seit einem Zeitpunkt, ich bin seit einem Zeitpunkt, es war, unser Quarterback, Patrick Mahomes, wir hatten einige schwierige Jahre. Wir waren in den Playoffs mit Alex Smith, aber ich denke, jetzt ist es Zeit, wir spielen Tom Brady in den Superbowl, und ich möchte das Spiel so gut gewinnen. Februar 7. Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers. So, let's go Chiefs.